Hey, in diesem Tutorial erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du Optifine auf der neuesten Minecraft-Version installieren kannst. Und das Ganze natürlich immer für Mac und Windows gleichzeitig. Jo, ich werde mir in Ergänzungen sogar auf die Installation von Optifine zusammen mit Forge eingehen. Ja, aber erstmal gehe ich auf die Seite von Mod, der Link ist natürlich in der Beschreibung, wo wir uns das Ganze runterladen werden. Und nochmal kurz als Ergänzung, für alle die, die sich schon wirklich gut auskennen mit Minecraft-Mod-Installation, habe ich unten rechts auch nochmal ein Speed-Modeling-Tutorial darüber gedreht, das heißt die Installation in ungefähr zwei Minuten. Ja, erstmal Optifine, du weißt vielleicht, damit bekommst du mehr FPS, das heißt, damit hast du mehr Bilder pro Sekunde und es leckt nicht so viel. Und ich werde die Installation ja auf 1.6.2 vormachen, aber sie funktioniert auch auf 1.7, 1.8, 1.9 und so weiter, was da alles noch geben wird. Der Weg der Installation ist immer gleich. Ja, aber als erstes lädst du dir das Ganze mal runter und zwar auf der Seite vom Mod. Und dann kannst du ja auswählen zwischen Ultra, Standard oder Light. Ja, was nimmst du jetzt? Du kannst nochmal hier auf Editions gucken, das heißt die verschiedenen Editionen, was die alle machen, was die alle integriert haben. Ich würde dir immer zu Ultra raten, es sei denn, du hast irgendeinen anderen Mod installiert oder so, der nicht mit Ultra kompatibel ist, sondern nur mit Standard. Aber sonst immer Ultra und dann hier unter Download klickst du hier auf Download. Wichtig, lies dir nochmal das hier durch, was in Klammern steht, denn dort steht dann zum Beispiel nochmal, ist nicht mit Forge kompatibel oder ist mit Forge kompatibel, so wie hier jetzt, ist mit Forge dieser Version kompatibel, ist mit Modloader kompatibel, aber das kann immer unterschiedlich sein. Deshalb lies dir das durch, da sind nochmal wichtige Informationen. Gut, wenn du das darauf geklickt hast, ich habe das jetzt in einem neuen Tab geöffnet, dann wartest du 5 Sekunden und dann kannst du hier oben rechts Werbung überspringen, beziehungsweise Skip-Add klicken. Dafür kriegt der Mod-Macher halt für jeden Klick noch ein bisschen Geld, was ja auch nicht so ganz falsch ist, weil er sich damit ja auch Arbeit macht. Und hier kommst du zur Optifine-Seite und dir kannst in der Mitte auf die blaue Schrift klicken und dann sagen Download Optifine. Dann lädt sich das Ganze hier runter. So, super Sache, du hast das Ganze schön runtergeladen, kannst erstmal den Browser zumachen, außer natürlich wie immer mich. Und machst das Ganze dann am besten auf deinem Desktop, denn dann hast du ein bisschen besseren Überblick. Gut, also, was jetzt? Jetzt gehst du in einen Minecraft-Ordner. Falls du nicht wissen solltest, wo der Minecraft-Ordner ist, habe ich hier oben rechts nochmal eine kleine Nachhilfe, wo ich dir das erkläre. Aber ich denke mal, die meisten hier wissen doch, wo der Minecraft-Ordner ist, deshalb gehst du da einfach hin oder guckst dir die Nachhilfe an. Und hier in deinem Minecraft-Ordner gehst du jetzt in den Versions-Ordner. Die sind hier. So, und hier scheiden sich jetzt schon die Geister. Das heißt, wenn du das Ganze mit Forge installieren willst, wenn du Forge nicht kennst, ignorierst du einfach, was ich jetzt sage. Aber wenn du Forge kennst und Optifine mit Forge zusammen installieren willst, dann solltest du unten links klicken, denn dort habe ich das Video darüber sozusagen ein paar zwei, denn da sind ein paar andere Sachen anders. Wenn du das aber ganz normal installieren willst, ohne Forge, einfach normal Optifine installieren willst, dann bist du hier richtig und bleibst einfach dran und klickst nicht da unten hin. Gut, also, wie installierst du das Ganze jetzt ohne Forge? Das heißt, ganz normal. Du guckst dir erstmal die Version aus, auf der du das installieren willst. Wie gesagt, bei mir war es jetzt 1.6.2. Hier sind nämlich alle Versionen drin, die du einmal gestaltet hast mit Minecraft. Und du musst jetzt die gleiche Version raussuchen, das heißt, auch 1.6.2. Wenn du das natürlich für 1.8 runtergeladen hast, suchst du dir jetzt hier 1.8 raus. Das ist natürlich klar. Du siehst die Version hier unten auch nochmal beim Download. Hier steht sie jetzt bei mir, 1.6.2. Das heißt, ich nehme bei mir jetzt den 1.6.2-Ordner und kopiere den. Rechtsklick drauf machen und jetzt kannst du hier kopieren und dann wieder einfügen machen oder du machst mit der Tastenkombination Command-C auf Mac und dann Command-V. Und auf Windows ist die Tastenkombination Steuerung C, also String C und String V. Wow. So, dann hast du das Ganze jetzt schon kopiert und das möchtest du jetzt umbenennen. Und zwar, ich würde dir raten, den Anfang da zu lassen, das heißt, die Version da zu lassen. Und hier hinter schreibst du jetzt einfach einen Namen oder den Namen am besten vom Mod. Ich schreibe jetzt hier Opti hin. So, äh, so. Genau, dann weiß ich nämlich, dass es Opti-Fein ist, dass ich hier auf 1.6.2 Opti-Fein installiert habe. Du kannst natürlich auch einen anderen Namen wählen, aber ich würde den auch empfehlen. Das heißt, du lässt die Version da, schreibst Opti hinten dran und dann gehst du in diesen Ordner rein. Und hier machst du das Gleiche jetzt auch mit diesen Dateien hier. Das heißt, auch hier wieder Opti hinten dran schreiben und dann kannst du den Namen eigentlich kopieren. Dann kannst du auch keine Fehler machen. Und hier diese Textdatei, die hier noch drin ist, auch so oben hin. Gut. Wenn du das gemacht hast, gehst du jetzt hier in dieses JSON-File rein, also J-S-O-N. Da kannst du auch nochmal gucken, hier unter Art. Das eine ist ein Java-File, das andere ist ein J-S-O-N-File. Und dort gehst du rein, auf Mac, einfach einen Rechtsklick und dann sagst du Öffnen mit. Und kannst hier unter anderen Programmen Textedit auswählen. Ich mach das mal kurz. Und auf Windows ist das eigentlich sehr ähnlich. Du machst nämlich einen Rechtsklick auf diese Datei und sagst dann Öffnen mit. Oder sagst einfach Rechtsklick und wählst dann Notepad++ aus. Falls du Notepad++ noch nicht hast, kannst du auch nochmal das in der Beschreibung herunterladen. Dort habe ich einen Link. So kam es natürlich kostenlos. Kannst du einfach damit öffnen. Oder wenn du es hast, auch mit etwas anderem öffnen, womit du Textdateien öffnen kannst. Also eigentlich solltest du eigentlich nochmal draufklicken mit einem Doppelklick und es sollte sich schon etwas öffnen. Aber wenn du es nicht hast, habe ich Notepad++ für Windows auch noch in meiner Beschreibung verlinkt. So, auf Mac, wie gesagt, mit Textedit. Und hier gibt es jetzt einen Punkt, der heißt ID. Und hier steht jetzt wieder diese Version. Und hier kopieren wir jetzt wieder den gleichen Namen wieder vorreihen. Das heißt, bei mir jetzt 1.6.2 Opti. Bei dir kann es auch ein anderer sein. So, wenn du den hier zwischen die Gänsefüßchen kopiert hast, dann musst du hier noch die Zeit ändern. Und zwar hier bei Time steht hier 2013 hier unten auch. Oder halt das Jahr. Kann auch 2014 sein. Du änderst das Ganze einfach in 2012. So, wenn du das so gemacht hast, das heißt hier, dass du das sogar älter gemacht hast, dann kannst du die Datei speichern. Also ganz einfach hier Ablage und dann sichern. Auf Mac und Windows natürlich gleich. Und dann hat sich das Ganze hier erneuert. Du siehst es hier auch an einem Datum. So, und jetzt musst du hier in dieses JAR-File reingehen, das heißt in diese andere Datei. Denn dort müssen wir jetzt den Bot rein installieren. Also, wie funktioniert das Ganze? Ich werde das Ganze erstmal für Mac erklären. Das heißt, wenn du Windows hast, klickst du hier oben links und kommst automatisch zu einem Teil, wo ich das für Windows erkläre. Auf Mac, ja, machst du da einfach nennen. Ja, auf Mac ist es ein bisschen schwieriger. Und zwar, ich habe in der Beschreibung nämlich eine Datei verlinkt, ein Textpfeil. Das lädst du dir erstmal runter. Ich mache das jetzt auch mal. So, das müsste das hier sein. Und diese Textdatei musst du dir runterladen. Und dann würde ich die auch auf den Desktop ziehen. So wie ich es jetzt hier mache. Downloads kannst du wieder zumachen. Und dann musst du diese Datei entpacken. Einfach Doppelklick draufklicken. Und dann sollte sich das Ganze hier schon öffnen. Dann sollte das ungefähr so aussehen. So, und hiermit, da musst du jetzt ein paar Sachen in Terminal einfügen. Terminal ist auf jedem Mac standardmäßig drauf installiert. Du kannst es finden, indem du dir einfach auf der Suche oben rechts Terminal eingibst. So, hier haben wir es schon. Und einfach Enter. Dann öffnet sich das Ganze schon. Und du hast hier Terminal geöffnet. So, in Terminal musst du jetzt diesen Code hier reinkopieren. Aber Achtung, erstmal das rote, was hier ist, umbenennen. Und zwar, es steht auch nochmal hier oben, in das du das hier umbenannt hast. Das heißt, wenn du das jetzt hier so, wie ich, umbenannt hast, kannst du einfach kopieren. Oder wenn du das Franz genannt hast, kopierst jetzt eben Franz. Und fügst das hier bei XXXModname ein. Das heißt, einfach Command-C und dann hier Command-V drücken, einfügen. Und auch das hier wieder markieren, dieses andere XXXModname. Und auch hier wieder einfügen. Und das Gleiche kannst du schon mal ein bisschen runterscrollen. Und bei Punkt 3 machen. Dort gibt es das Gleiche wieder. Oder auch hier bei XXXModname, das rote, wieder einfügen, in das, wie du das eben umbenannt hast. Das ist ganz wichtig. So, ja, wenn du das gemacht hast, dann kopierst du jetzt hier erstmal bei SIM1 dieses ganze fettgedruckte hier. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist ganz wichtig, dass du nur das kopierst. Und dann hier das Terminal einfügst. Reinkopieren. Also wieder Command-C, Command-V, das bekannte Spiel. Und dann Enter drücken. So, und jetzt hat sich eine neue Ordner erstellt. Und zwar, du kannst einfach ein neues Finder-Fenster irgendwie aufmachen. Und dann hier auf deinen Benutzer klicken. Bei mir ist der jetzt hier. Du kannst hier auch auf deinen Macintosh klicken. Und dann gibt es hier unter Benutzer. Und dann gibt es hier deinen Benutzernamen. Das ist jetzt bei mir hier. Und, ja, hier gibt es jetzt einen neuen Ordner. Der heißt Minecraft-Versions-Jar-MG-Games. So, in diesen Ordner gehst du rein. Und hier sind jetzt alle Dateien drin, die hier in dieser Minecraft-Jar-Datei sind. Gut, jetzt ganz wichtig. Wenn das leer ist, dann hast du das hier vielleicht falsch umbenannt. Du darfst es hier nicht in irgendwas umbenennen mit Leerzeichen oder irgendwie Fragezeichen oder sowas. Benutz nur Punkte, Zahlen und Buchstaben. Das ist ganz wichtig. Oder wenn das leer ist, kann es auch sein, dass du es hier falsch umbenannt hast. Das heißt, check das nochmal, ob du das hier richtig umbenannt hast. Sonst sollte hier auch was drin sein. Und, ja, hier rein müssen wir jetzt den Mod gleich rein installieren. Ja, aber erstmal warten wir jetzt mal auf die Leute, die das Ganze mit Windows machen. Denn jetzt erkläre ich den Windows-Teil. Gut, auf Windows, du siehst es hier, machst du einfach auf deine Jarl-Datei in den Rechtsklickst und sagst, öffne mit. Und wählst dann Winra oder 7zip aus. Ich habe dir 7zip in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. Ist eigentlich besser, noch besser als Winra. Klickst einfach drauf und öffnest das damit. Oder suchst bei anderen Programmen, kannst du es vielleicht noch hinzufügen, wenn du das das erste Mal ja gerade installiert hast, dieses Programm. Ist natürlich wie immer auch kostenlos. Und wenn du das damit öffnest, dann öffnet sich ein schönes Fenster, wie du siehst. Und in den Fenstern sind ganz viele Class-Dateien drin, so wie hier bei Mac auch in dieser Datei. Gut, und in diesem Fenster, wo diese ganzen Class-Dateien drin sind, dort installierst du jetzt den Mod-Reim. Ganz wichtig, auf Windows, bevor du das Ganze machst, sortierst du das Ganze mal nach Art. Und dann solltest du einen Ordner finden, der Meta-Inf heißt. Dieser hier. Und den musst du löschen, diesen Meta-Inf-Ordner. Der muss unbedingt auf Windows in den Müllarm. Auf Mac ist es nicht so wichtig, da kann er ruhig drin bleiben, aber auf Windows muss der auf jeden Fall weg. Deshalb, geh sicher, dass du den Meta-Inf-Ordner gelöscht hast. Gut, so, und wenn du das gemacht hast, dann haben wir hier noch unsere schöne Opti-Fine-Datei, die wir uns runtergeladen haben. Die ZIP-Datei. Und die entpacken wir jetzt, indem wir einfach draufklicken. Dann bekommen wir hier so einen Ordner. Und hier haben wir ein schönes Fenster, auch mit ganz viel Clash-Dateien. Und hier nehmen wir einfach die ganzen Clash-Dateien, markieren die. Das kannst du mit Command-A, beziehungsweise Steuerung-A machen. Oder du markierst einfach die oberste, hältst Shift gedrückt und klickst hier unten hin. Da hast du alle markiert. Und diese ganzen Dateien kopierst du jetzt einfach hier rüber in dieses Fenster. Das heißt, auf Windows, das, was du mit WinRAR geöffnet hast, oder mit 7SIM auf Mac, eben dieses Fenster, diese Minecraft-Version.jar, oder Minecraft-Version.jar, die kopierst du hier dort rein. Das heißt, die ganzen Opti-Find-Sachen, Command-C, hier drüben hingehen und hier Command-V. Ganz wichtig, du darfst von den Fenstern nicht durcheinander kommen. Deshalb sage ich das extra nochmal. So, und wenn du das Ganze da rein eingefügt hast, solltest du das hier auch schon mal sehen, wenn du das nach Änderungsdatum sortierst, solltest du jetzt hier ein paar neuere Dateien haben. Hier sehen wir es zum Beispiel, die haben wir gerade alle hinzugefügt. So, und wenn du das alles schön gemacht hast, huch, dann kannst du das Opti-Find hier zumachen. Und dann kannst du jetzt auf Windows einfach aus dem Fenster wieder rausgehen und dann kurz hier oben links klicken. Denn ich muss auch für Mac nochmal kurz was erklären. Und zwar auf Mac musst du dieses ganze Sachen hier wieder in die Social-Datei bekommen. Das machst du, indem du hier wieder diese Datei, die du runtergeladen hast, vorher nimmst. Und Punkt 2 hast du jetzt gemacht. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3. Wir müssen einfach diesen fett gedruckten Text hier wieder kopieren. Geh sicher, dass du es hier umbenannt hast. Und kopierst ihn wieder, so wie ich hier. Und fügst ihn ganz einfach hier in Terminal ein. So, Command-V, Enter. Und dann siehst du, hat sich dieser Ordner ja schon entfernt, der hier vorher drin war. Und das Ganze ist jetzt in der Punkt-Jahr-Datei. Das siehst du auch hier, dass sich das Änderungsdatum mal wieder geändert hat. So, und wenn du das alles schön gemacht hast, so, jetzt kannst du nämlich Minecraft auf Mac und Windows öffnen. Einfach Minecraft aufmachen, hier unten klicken. Und dann startet sich das Ganze ganz normal. Und jetzt müssen wir gleich unsere richtige Version auswählen. Denn wenn wir jetzt einfach spielen drücken, dann hast du noch die Version, mit der du dich letztes Mal eingeloggt hast. Wir machen einfach eine neue Version, das heißt hier unten New Profile. Und sagen hier, ich würde es einfach so nennen, wie du den Mod, den du installiert hast. Nämlich Opti. Oder ich kann es auch mal Opti-Fine. So, ausgeschrieben. Und ganz wichtig, hier unten bei dem Use Version musst du jetzt hier dieses 1.6.3 Opti oder je nachdem, wie du das eben benannt hast. Wenn du es Franz benannt hast, suchst du jetzt hier eben Franz aus in dieser Liste. Auf jeden Fall musst du dort das wiederfinden, was du es hier, dass du es hier in diesem Versions-Ordner umbenannt hast. So, und wenn du das Richtige ausgewählt hast, dann kannst du hier unten rechts Save Profile klicken und es hier unten bei Profiles auswählen. Hier habe ich jetzt Opti-Fine drin, was ich mir gerade gemacht habe. Und sage Play. So, dann startet sich natürlich Minecraft ganz normal. Wie gesagt, wenn du irgendwelche Fehler hast, gibt es in der Beschreibung nochmal vhq-probleme. Dort kannst du nochmal nachgucken, falls du irgendwelche Fehler hast, aber solltest du eine nicht haben. Und hier in Minecraft kannst du auf Options klicken. Und dann hier Video-Settings, dann siehst du schon, dass hier viel mehr Settings. Das ist nämlich jetzt alles durch Opti-Fine hinzugefügt. Und das heißt, du hast Opti-Fine erfolgreich installiert. Glückwunsch. Ja, ansonsten, was Minecraft schon sagt, ist ja vielleicht auch nicht so ganz falsch. Kannst du dir jetzt Herz nehmen, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst über Minecraft-Tutorials und Minecraft-Mods. Denn darüber mache ich ja regelmäßig Videos auf meinem Kanal. So, das ist es. Wenn du mehrere Mods installieren willst, gibt es da auch noch ganz viele Videos auf dem Kanal. Aber ich sage dir jetzt erstmal viel Spaß mit Opti-Fine. Bis zum nächsten Mal und tschau. Bis zum nächsten Mal und tschau. Bis zum nächsten Mal und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.